Alles andere als öde geht's auf St. Pauli beim Fußball zu. Der FC St. Pauli ist allgegenwärtig. Das Symbol seiner Fans ist längst zum Wahrzeichen des Stadtteils geworden. Solange der Totenkopf da steht und die zwei gekreuzten Knochen da drunter, ist das St. Pauli und ist das auch völlig in Ordnung. Ich habe das Ding früher auch getragen, obwohl ich Werder Bremen-Fan war. Ich rede jetzt von einer Zeit von 90, 91, 92, als St. Pauli auch einmal 1. Liga war. Da habe ich das einfach getragen, um zu representen für Hamburg. Wir sind mal in Deutschland rumgefahren, auf den Jams aufgetreten und da muss man natürlich auch zeigen, wo man herkommt. Da ist natürlich so ein St. Pauli-Pullover perfekt. Und unsere ganzen befreundeten Rap-Bands, wenn sie hier waren, wollten sie immer als erstes unbedingt einen St. Pauli-Pulli haben. Da musste ich mit denen in den einzigen kleinen Fanshop gehen, in der Schanze, wo es den überhaupt gab. Heutzutage ist das ja was ganz anderes. FC St. Pauli. 100 Jahre Fußball-Tradition und immer noch quicklebendig. Also der FC St. Pauli ist sicherlich ein ungewöhnlicher Verein in vielerlei Hinsicht. In erster Linie steht das Stadion mitten in der Stadt, mitten im Stadtteil. Das ist natürlich das Besondere. Ja, und drumherum sind alles diese typischen Bars, Kneipen, die auch für St. Pauli stehen. Und das ist schon ganz besonderer Flair. Ein Verein wie sein Stadtteil. Weltoffen, unangepasst und visionär. Wenn das ganze Stadion St. Pauli ruft, dann habe ich halt das Gefühl, es geht um mehr als nur um den Fußballklub. Eine Überzeugung, die auch die Spieler teilen. Da geht es halt dann nicht nur um den Sport, sondern für viele ist es halt auch ein Ausdruck von dem Lebensstil sozusagen. Die Hamburger Hip-Hop-Heroen von Fettes Brot halten schon seit Jahren ihre Dauerkarten in Ehren. Sind regelmäßig dabei, wenn das Millern-Tor-Stadion zur Bühne wird für Profifußball, Popkultur und Politik. Es gibt ja einfach klare, so, sag ich mal, politischen Konsens hier im Stadion, was Rassismus oder Sexismus angeht. Das läuft hier bei St. Pauli nicht, das wird auch sozial kontrolliert. In vielen Fußballstadien wird dumpfer Rechtsextremismus bis heute toleriert. Der FC St. Pauli zeigt eindeutig Flagge. Dieser Verein ist absolut antifaschistisch. Und da ja schon, muss man sagen, über viele Jahre hinweg eine ganz klare einzelne Stellung im deutschen Profifußball. Ob im Sprecherrat, dem Sprachrohr aller St. Pauli-Fanclubs, oder im Fanladen, der Anlaufstelle für Anhänger aus nah und fern. Die Fans mischen sich ein. Sie engagieren sich gegen die Kommerzialisierung des Fußballs. Und das unverhältnismäßige Vorgehen der Polizei. Selbst wenn wir diese Politik, die im Rechts-Links-Schema vielleicht noch funktioniert, mal außen vor lassen, ist es halt, dass die Polizei zum Beispiel mit den Fußballfans was ausprobiert und teilweise drangsaliert, sodass wir ein Spielball der Politik sind. Gelegentlich konnte es nach Spielen des FC St. Pauli zu Straßen schlachten. Sehr zum Ärger der St. Pauli-Fans. Vor wenigen Wochen kam es zur Eskalation. Eine Fankneipe wurde am Rande von Krawallen im benachbarten Schanzenviertel von Einsatzkräften gestürmt. Ein Gast verlor dabei zahlreiche Zähne. Die Politisierung der Fanszene entwickelte sich in den 80ern. Aus dem Umfeld der umkämpften Häuser an der Hafenstraße wurde nicht nur der mittlerweile allgegenwärtige Totenkopf ins Milan-Tor getragen, sondern auch linkspolitische Überzeugungen und Visionen. Es ist nur dadurch gelungen, dass sich Fans über lange Zeit ihr Mitspracherechte erarbeitet haben und heute auch in vielen Gremien gleichberechtigt mit Vereinsoffiziellen zum Beispiel zusammensitzen. Engagement und Einfluss der Fans sind wichtige Grundlagen für das besondere Image des FC St. Pauli. Der Haltung der Anhänger ist auch Korni Littmann verpflichtet. Der Theatermacher ist seit fast sieben Jahren Präsident des Vereins. Wir würden niemals mit einem Unternehmen zusammenarbeiten aus dem Bereich der Rüstungsindustrie, aus dem Bereich der Atomindustrie. Also es ist Chance und Gefahr zugleich. Das Außenseiter-Image des Vereins passt nicht zu jedem Werbepartner, aber hervorragend in die Vermarktungsstrategien des Profifußballs. Man kann dieses Image auch sehr gut verkaufen. Die Fans sind halt sozusagen auch irgendwo das Kapital und die Melkkuh dieses Vereins, was einem natürlich manchmal freut und manchmal meistens tierisch auf den Keks geht. In allen Lagern des streitbaren Vereins anerkannt, der Einsatz für Viva con Agua. Die Initiative für sauberes Trinkwasser entstand während eines Trainingslagers des Profi-Teams auf Kuba. Der damalige Spieler Benny Adrion widmet sich seitdem voll und ganz dieser Mission. Unterstützt von Verein und Fans. Ich glaube, es wäre auf keinen Fall woanders denkbar gewesen. Einmal die Möglichkeit, die der Verein mir auch eingeräumt hat, als Viva con Agua gestartet ist. Andere Vereine hätten gesagt, hör mal zu, du musst hier Fußball spielen, komm und dreh mal nicht durch. Viva con Agua. Auch für den Verein eine imagefördernde Aktion. Ich glaube, wie andere Projekte auch, es steht dem FC St. Pauli gut zu Gesicht, neben den Fußballaktivitäten immer auch soziale Projekte zu unterstützen. Mit Konzerten, CDs oder der Idee, auf großen Festivals Pfandsbecher als Spenden zu sammeln, geht Viva con Agua neue Wege. Wenn Entwicklungshilfe normal nicht sportlich, nicht sexy, nicht popkulturell und nicht cool ist, dann muss man halt versuchen, popkulturell cool, sexy zu sein, um die Leute dort abzuholen und sie für diese Arbeit zu begeistern. Mithilfe der Fans konnten bereits Brunnenbauprojekte in elf Ländern verwirklicht werden. Viva con Agua. Ein langfristiges Projekt, hinter dem der ganze Verein steht. Und für das Initiator Benjamin Adrion vor wenigen Tagen mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. Der Verein ist ja schon ein absoluter Farbtupfer für ganz Fußball-Deutschland. Von daher, und gerade wenn man, das ist halt immer so meine Idee noch dazu, wenn man hier versucht, Potenzial zu nutzen, um mit St. Pauli auch eine Art Utopie zu verbinden, dann ist das auf jeden Fall eine Signalwirkung, die man nur hier erzeugen kann. Also, ich glaube, das ist es wert, um mal zu schauen, wo kann das denn hingehen und was kann auch ein Fußballverein über den Fußballplatz hinaus an Bedeutung und an Werten oder so kreieren. Der FC St. Pauli, ein kleiner Fußballverein, erzielt große Wirkung. Wirklichkeit.